Hallo, ich bin die Susanne. Ich mache die Programmprohension bei der Rockantenne, was unter anderem beinhaltet unseren unglaublich gefüllten Konzertkalender zu führen. Hier steht alles drin, was wir so tun das ganze Jahr. Jedes Konzert, was die Rockantenne präsentiert, jede Veranstaltung, die die Rockantenne präsentiert. Ansonsten mein Hund, mein Stuhl, mein Bildschirm, meine Nervennahrung, essentiell wichtig, Erwachsenenlakritze, kommt hier schön aus Skandinavien, Kinderlakritze braucht kein Match, Schokolade mag ich nicht. Ja, was soll ich euch sagen, ansonsten alle Veranstaltungen und lustigen Präsentationen passieren hier im ersten Schritt. Für mehr wird keine Zeit, Schluss, eine Minute ist rum, raus hier, weg, 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 weg.